Letzten Dienstag also das grosse Interview mit Digital Brainstorming und jetzt geht es schon weiter nach Berching darum sind das alles Vorproduktionen aber diese Strategie soll ja eigentlich also der Ping sich hier in der Mitte zwischen Orgiastik und Sofrasur Logo das geht auf Abi Warburg zurück und diese Schlange gehört natürlich da dazu ich kann doch nicht immer bei Adam und Eva anfangen Danke Christian für den Hinweis auf einen Text von Swiss Info wo der ehemalige Learnscape Gardener in Residenz vom Kloster dies und dies jetzt arbeitet in diesem Text werden die Ursprünge des Schweizer Radio und Fernsehens erzählt am Anfang standen Bastler und Hobbyfunker der Clou das war 1931 und wie wurden eigentlich 100 Jahre früher 1831 die erste liberale Verfassung entwickelt da war die Druckerpresse in jedem Dorf und es waren wilde Blogger bei RebellTVPing zitiere ich dann eben diesen Thomas Bornhauser Thurgau ein uneinig Volk von Schreiberlingen das ist bei kommunautik.org ping und bei Anarschkopf do we need the next bill of rights da erkläre ich eben noch einmal die vier tragenden Grundwerte nach Evelin Haller ja Rechtsstaat, Demokratie, Föderalismus, Sozialstaat und vor allem warum das das überhaupt nicht mehr funktioniert 200 Jahre sind genug 200 Jahre sind genug 500 Jahre sind genug Adam und Eva let's begin with the beginning beim nächsten Ton ist es 12 Uhr 5 Minuten 0 Sekunden 0 Sekunden 0 Sekunden 0 Sekunden 0 Sekunden 0 Sekunden